So, da sind wir wieder bei... YOSHIS! Woolli 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 Woollt! Und ich bin ein anderer Yoshi. Stimmt! Hä? Achso! Achso! Ich bin ein Skelett Yoshi. Aha! Du hast ja nämlich hier die neuen, also die fehlenden Sachen geholt, gell! Ach, weil siehst du dahinten die blaue Pyramide? Ja! Das ist die Special Welt, da müssen wir noch bein. Und wir haben die letzten zwei Amiibos, also ich hatte ja eine vorher Amiibos bestellt. Jetzt sind die letzten zwei endlich angekommen. Weil manche waren halt nicht direkt von Amazon. Aber jetzt kann ich sogar noch besser sein. Gotta go fast! Oh, der hat sogar grüne Augen! Hat er auch ne grüne Augen? Ja, hat er tatsächlich. Und wir haben noch einen. Da bin ich gespannt wie der aussieht. Ja, hat sich Tessy schon gewundert. Zelda Yoshi! Ich hab doch gesagt, genau so hässlich wie viel dritte aussehen. Ja, Sonic Yoshi sieht cool aus. Äh, ich glaub ich mach mich aber zum blauen Yoshi, weil sonst sind die beide so weiße Yoshis. Ja, eben. Meine ich ja. Mach lieber Sonic. Genau. Sonic der Hedgehog Yoshi. Ach ne, nur der Skelett Yoshi hat ja gefehlt bei der Pyramide, also bei der Welt hier, ne? Genau. Ja, okay. Ja. 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 Wir können ja erstmal ohne reingehen. Es sind sogar gratis. Ja. Aber wir können ohne reingehen und im Level dann... Ne, die sind doch nur jetzt einmal gratis, oder? Ne, man kann doch im Level auch noch wechseln. Ne, warte, ich mach... Ich mach... Ich kann nicht in Abgründe stürzen. Sind da Abgründe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen sag ich immer, man könnte es im Level wechseln. Äh... Ich nehm mir mal die Wassermelonen mit, dann kann ich immer alles abwarten. Okay, ich nehm jetzt einfach mal die Abgründe und dann gucken wir einfach mal und wechseln im Notfall. Okay, wenn Feuer kommt, dann wechseln wir halt noch mal. Ich denk nicht, dass von der blauen Pyramide Feuer kommt, also... Was nicht easy. Was? Wo sind Herzen? Stand da. Ich bin Volo. Ach, was nicht easy. Ach, da. Ja. Oh, wie schön. Hä? Das ist lustig. Das sind so diese kleinen Glitzerringe da im Hintergrund, die man beim Kunstunterricht immer verwendet hat. Ja, diese Paletten meinste, gell? Diese kleinen silbernen Platten Plastikdinge, die so glänzen. Ja, die Paletten. Genau. Wenn die so heißen. Genau. Die heißen so. Wenn ich es wieder falsch ausspreche, wahrscheinlich... Hört das uns? Was weiß es nicht? Hört ihr mich? Nein. Oh, da muss man erst was aktivieren. Hm. Äh, kommen wir da irgendwie ran? Ich glaub ja nicht. Da oben, meinst du? Hier so? Ja? Ich könnte... Nein, nein, nein. Ach, du meinst ja den Schalter. Ich sollte gar nicht haben, aber gut. Ich könnte dich essen. Ja. Verschlucken. Man kann übrigens mit einer Taste das einführen. Ach, was. Dann könnte ich versuchen, dich da reinzuwerfen. Au. Ach, schlachen sie übrigens Insta-Killer in dem Spiel, hab ich gemerkt. Ich hab's gemerkt. Okay. Oh man, wie fies. Hä? Der Eier, der Eier. Ja, ja, ja. Sie haben gewackelt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Äh, ja... Oh. Ja? Äh, ja, äh... WTF? Ich weiß es nicht. Was ist das da oben? Der Schalter macht es dann da oben weg. Ja, genau. Und... Wir hätten Schnuffel mitnehmen sollen. Schnuffel kann da rüber. Hol mal Schnuffel. Wir können auch den Knopf genauso wenig drücken. Drücken. Jetzt kostet es aber was. Ja, toll. Aber Schnuffel kostet nur 500. Hier, ich will aber in R reference. Eine. Ne! Na gut. Wir finden schon eine Lösung. Ja, weil es sind ja noch mehrere so... Da oben! Äh, was? Das ist bestimmt der Scheider, der die Plattformen anmacht, da oben. Ach, ich weiß was. Ach so, da durch. Aber was? Und dann? Ach, auf die Plattform drauf. Ah ja. Oh Gott, oh Gott. Ich zerrätsel. Ja, ja. Okay. Okay, 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 okay. Nice. Oh Gott, überall stacheln, ey. WTF? WTF? Ach, da war ein Panzer hier noch. Hast du da? Da kam einer. Der fährt oben mit. Da muss man hier dann abfangen und dann nochmal da rein springen. Ach du Scheiße. Okay. Wir wissen wenigstens, was zu tun ist. Ja. Also die Bonuslevel haben es schon echt in sich teilweise. Oh. Da. Oh nein. Ja, mach du das mal. Genau. So. Nice. Wunderbar. Sehr schön. Aua. Und dann haut mich Chessie da für euch. Alles beleid. Ja, ich glaube, hier ist der Bonus. Da wird ein bisschen anspruchsvoll sein. Ja, guck, hier braucht man schon ein bisschen. Das ist so. Also, du die Eier. Genau, ich kann einfach. Ja, mach meine kaputt. Nein, ich wollte halt nur mal so Brrrrrt machen. Ja, wenn du durchlässt, machst du die ja kaputt. Nein, nein, nein. Entschuldigung. Da ist es doch schon. So, dann geh du auf die andere Seite. Nein. Flieg. Ich fliege. Oh Gott. Oh. Hä? Oh. Hä? Was war das? Ich hab dich gegessen, um dich zu retten. Ja, aber was ist da kaputt gegangen? Meine Eier, oder was? Ja. Achso. Achso, da passt doch jeder nicht durch, da auf der Seite. Natürlich nicht. Äh. Was? Die Wasser-Malone erschreckt mich jetzt mal, ey. Wie Schnuffel. Äh, die hole ich mal. Ja. Hä? Er ist nicht gesprungen. Ach, Yoshi. Ach, Yoshi. Ja, dann würde er so als sterben. Ja. Auch wenn es gar keine Leben gibt. Äh, so, ich will auf jeden Fall weiter nach links. Ich hole mich noch mit dem Blumen auf, sobald man den Knopf drückt. Äh. Ja? Ich will ihn nicht töten, irgendwie. Ich schon. Ich will ihn nicht töten. Der passt ihm niemals hat... Oh. Der passt sehr wohl dadurch. Ja. Ja. Musst du die Blumen? Ja. So, der Knopf ist aufgedrückt worden. Was? Muss man den mitnehmen? Muss man den mitnehmen, muss man mitnehmen. Den Stachel-Typ? Oder was? Aber der bleibt doch hier in den Tod. Da sind doch Stacheln an der Decke. Also, warte mal. Also, warte mal. Ja, aber der platzt sich. Also, der hüpft ja hier hoch. Ja. Also, theoretisch kann ich ihn mitschieben. Solange, wo die Plattform nicht platzt. Ja. So. Okay. Jetzt haben wir ihn hier. Aber hier tötet der sich doch. 100%? Ja. Ja, aber so haben wir ein bisschen mehr Zeit. Aber... Wir müssen ihn hier reinbringen. Der muss da rein und da drin hüpfen. Hä? What the fuck? Spiel! 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 Das erste Stück ist ja noch logisch. Wow. Vielleicht einen zweiten holen? Ich glaube nicht, dass ein zweiter spawnt. Aber ich kann gucken. Ich glaube auch nicht, dass der hier so lange stehen bleibt, bis wir ihm den zweiten holen, oder? Ich weiß es nicht. Nein, den zweiten gibt es nicht. Es braucht immer nur einer gleichzeitig. Äh, was man noch probieren könnte, ist, den von dem Ei abzuschießen. Ja, dann rollt er. Ja, genau. Dafür sind die ganzen Eier wahrscheinlich auch da, man soll den einfach mit Eiern rüberrollen. Mit Eiern rollt der, dass er einfach über den Schalter drüberrollt. Ja. So. So. Ach du. Ja. So. Ich habe den Gegner. So. Genau. Ah ja, okay. Nice. So, und jetzt soll er da hüpfen. Genau. Und dann da durch. Ich brauche noch ein bisschen Monizier. So. So. Also muss er hüpfen? Ja. Go, 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 go. Nice. Oh Gott. Was ey. Ey, ist ja echt Hammer. Also. Das, was die ganzen Level vorher so gar nicht an Schwierigkeitsgrad rausgehauen haben, hauen sie einfach in einem Level komplett zusammen. Ja, in einem solchen Level. Aber guck mal, da ist einer aufgemeht gewesen. Habe ich gar nicht gesehen. Gerade noch drauf. Muss ich beim Gucken zurück spielen. So, jetzt müssen wir schon mal mit Monty irgendwas spielen. Ja. Er muss dann hier auf jeden Fall zu unserer Seite herkommen. Okay. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Leben. Ja, das musst du mal. Ja. Oh Gott, wir müssen auch aufpassen, dass wir die Wolle finden, ne? Ja. Vor lauter hier, Rätsellöserei. Hä, wie kommst du da hoch? Da ist der Kopf gesprungen. Ach so, wie komm ich da hoch? Egal. Egal. Cheaterweg. Cheaterweg. Aber bestimmt gar nicht so gewollt im Spiel, das kriegen wir hier. Ja, das will ich auch nicht. Ich glaube, es ist... Ah ja. Hm. Ich hab so noch eine Schulde verpasst. Ja. So, Hilfe. Wenn die Wasser-Manone hilft, hat die echt nicht geholfen. Weil die tötet nur alles. Ja, das ist ein Abgrund. Das hat ja auch nichts gebracht. Nicht in Abgrund fallen, weil die alles vorher stacheln ist einfach. Okay, dann muss man... Gut. äh, willst du dann währenddessen ins Ei gehen? Ja. Sicher ist sicher. Oh, jetzt kommt er. Okay. Ach, man konnte hier einfach nach rechts laufen. Wir sind einfach einmal komplett um die ganze Geschichte hier rumgelaufen. Okay, geht ins Ei. Okay, dann schau ich mal. Ich hoffe nicht mal, dass ich dich nicht treffe. Weil ich muss jetzt ganz viel Monty-Kiten spielen. Oh Gott. Haha, Monty-Kiten und nicht Monty-Python. Haha! Naja, die Trick-Auf-Stecker waren gratis. Hä, was hat denn jetzt getötet? Meine Füße. Meine Füße. Ah. Nein! Das wollte ich nicht. Darauf kann ich nicht achten, wenn ich den Maulwurf kite. Ja, ich bin rausgekommen und bin auf ihn draufgefallen. Dann konnte ich jetzt auch nicht viel machen. Ach, Monty. Ich glaube, so Bonuslevel machst du lieber alleine in Zukunft irgendwie. Könnte man den einfach im Mund mitschleppen? Das wäre so schön. Ja, das wäre viel zu einfach. Achtung, mein Ei. Monty! No! Warte. Ähm, hm. Smuffel macht sie kaputt. Nein, nein. Der Schnuffel tötet sie. Der Schnuffel macht alles richtig. Nein, der Schnuffel, du musst da unten durchlaufen. Lauf da durch, Schnuffel. Guck, das wird er nicht machen. Geht er durch. Hahaha, oh Mann. Hahaha. Der Arme! Der geht da nicht durch. Ach, der ist zu fett. Ja. Aber der ist zu fett. Hahaha. Geht er durch. ja weniger schaden oder halt dass die dinge sichtbar werden ja das kostet ja jetzt alles was da spiel ich ohne weiter kannst du einfach aussteigen nee ich glaube nicht wie denn ist doch richtig dumm gemacht dafür will das zu zweit einfach richtig nervig maulwurf maulwurf please denn ich bin entspannt sich spielen und so was hier nein wenn ich den suizid ja ok ich hab nie gehe ja so aber das ist ne gute idee ja du kannst ihn aus Panik nicht töten ja ich wollte doch einfach nur weg nein 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 ich war doch schon am umdrehen fetter maulwurf oh mann ey ist getting so intense der wtf wie weit du den auch mitnehmen musst ist so ah ich weiß nicht was du meinst das erinnert mich so ein bisschen an die die champion geschichte von mario das erinnert mich so ein bisschen an die die champion geschichte von mario das ist echt mies auf der plattform wo man über den noch ausweichen muss ja das war den saumies ich mach's nicht mal find schon scheiße ne also mit den bonusleveln kann ich mich nicht anfreunden das machst du in zukunft allein okay dann kommentierst du einfach trotzdem ich kommentiere einfach trotzdem mit ja wie ich es bei toad gemacht habe so um dann zu sagen wie kacke die dabei sind ja scheiße und dumm und naja eigentlich ist es ja was neues so vom schwierigkeitsgrad her war es ja jetzt nicht so schlimm bisher sag ich mal also machbar und dann ist ja schon hier challenge mode hier ach ich finde es ganz lustig ja ich weiß weil du so challenge dinger magst aber ich hasse sowas weil man das so oft versuchen muss und ach alles perfekt timen muss und ach perfekt timen ist es noch lange nicht nein hier schon mit dem plattform ja man hat hier schon einen großen spielraum muss nur nein nein alter wann muss ich denn mit diesem maulwurf hier loslaufen direkt wenn die vorne ankommt ja aber das ist halt das problem wenn die plattform sich nach links bewegt läuft ja auch langsamer wieder also die plattform hat eigene schwerkraft die ihn mitzieht ja und das ist nervig deswegen verkacke ich es auch gerade die ganze zeit so moinwurf hier kommen ja her ich hoffe ich habe noch gerade bei dir gehört so zock darauf zu kommen geht ja noch das ist nur jetzt zock und jetzt schon loslaufen genau so jetzt nicht auf den maulwurf springen äh ja und genau super ja perfekt Schlüssel Schlüssel dann bleibst du einfach in der maul ich bleib einfach in der maul in der maul maul da kann ich nichts anstellen genau woher ne riesen ein schatz ein schatz ja haben wir hier ein schatz drin wirklich ein schatz drin ha 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 Warum ist das Feuer da? Ja, um den zu töten. Ja, muss man den töten? Mache ich jetzt. Er hat gerade geleckt. Oh! Siehst du? Ah ja! Wow, cool! Wir haben voll viele Edelsteine verpasst. Hier, soll ich wissen, dass mir der ausgesperrt wird direkt? Ja, keine Ahnung. So, wir haben alle Ballis. Wir sind fertig, glaube ich, mit dem Balli. Oh, wie schön! Dann können wir wenigstens mit was schönes Blumen. Ja, ist doch nice. Wie viele Blumen haben wir? Eine fehlt, glaube ich, ne? Ja, ja. Eine, die war früher schon im Level. Oh, alle Stempel sogar! Krass! Ja, gut. So viel Raum zum Verstecken war nicht da. Aber doch ein schönes Level. Naja. Hat nur 20 Minuten gedauert. Zwa- Oha! Wahnsinn, ey. Ja, weil man ein bisschen länger braucht für die Aufgaben. Und wir haben einen Yoshi bekommen. Ja! Nur die eine Blume fehlt. Egal, Yoshi ist wichtiger. Muss ich bestimmt noch auch screenholen, weil man in allen Welten alle Blumen haben muss oder so ein Shit. Ja, für die allerletzte Bonus-Geschichte oder so. Oh Mann. Jetzt geht's wieder normal weiter. Was? Yoshi OP? Better Nerf? Ninja. Okay. Cooles Level. Leichter als was? Leichter als 1S, glaube ich, hat er geschrieben. 1S, da kann man besser durch. Jetzt kriegen wir so einen Stern-Yoshi. Oh ja! Oder ein Wii-Yoshi. Was? Ein Wii-Yoshi? Ein Wii-Yoshi! Ah ja! Ich wollte gerade sagen, er ist so weiß und hat so einen blauen Strich auf der Busse. Dann kriegen wir als nächstes einen GameCube-Yoshi. Oh ja, das wäre cool. So die ganzen Konsolen. Ein SNES-Yoshi. Ja! Muss ich ja aber jetzt auch nicht anpassen und dann bin ich der Wii-Yoshi. Jawoll! Super! Zuerst Nintendo-Team! Auf der Nintendo-Konsole von Nintendo-Yoshis. Yeah! Hallo, ich bin die Yufiyu, mich kauft keiner. Die Wii-Yoshi hat jeder gekauft für Tennis. Tja. So. Jetzt gehen wir ins Kock-Schloss. Ah, jetzt dürfen wir ins Kock-Schloss noch machen. Die Mutter Gluck-Huhns. Gluck-Huhns-Schloss. Ich lasse mir mal Schnuffel weg. Alle Leute schreiben immer, geh weg mit deinem Schnuffel! Ich bin voll der Cheat, äh! Ja! Voll der Cheat, der Schnuffel. Ihr habt auch ohne Schnuffel immer die Wolldinger gefunden. Ihr braucht den nicht, auch wenn ihr süß ist. Da ist ein Zombie-Post! Da ist Jessie. Und das ist Jessie! Ah! Ich bin elf. Süß. Ich wollte dir hier auch rausgesehen. Ach, ich bin böse. Ach. Guck mal, die machen Wolk-Schloss. Ja! Ich versuche mal wieder mit vollem Leben durchzukommen. Ja! Kann ich euch schlucken und weiterspucken? Das wäre cool. Wieso liegt... Nee. Dann müssen wir auch gehen. Voll die... Secret-Musik so... Mysteriös. Ja, was ist da unten? Oh, man kann da durch... Au! Nix ist da! Der Tod ist da! Okay. Gut geprüft. Jawoll. Wulli! 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 So viel brauchen sie diese Ledersteine! Puckum! Puckum! Liefballons! Mit Schallgeist dran! Ah, so da waren die Worte und Spuren. Perfekt. Okay. Okay. Ist da unten was? Ich weiß nicht, ich kann mal checken. Ich check mal. Okay, ist nix. Ist der scheiß Salto-Scheiger da? Macht da so'n scheiß Salto nicht rein? Da ist nichts. Okay. Da ist was! Hä? Ich hab dich gegessen? Ja. Ich wollte doch an die Kanonenkugeln hier essen, damit ich ein bisschen Munition hab. Aber wir brauchen die jetzt hier. Ja, aber ich brauch Munition. Eine noch. Okay. Ah, die kann ich gleich mitlesen. So. Jetzt müssen wir warten, bis sie über uns drüber vorbei ist. Gut. Wolltest du die Münze? Ja. Got it! Äh, warte. Ich warte noch mal, bis da rauskommt. Okay, da ist nichts. Oh. Nein. Ich hab's auch so geschafft. Guter Flug. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich dachte den kriegst du. Scheiße. Ja. Ja. Ich versuch's. Wenn du auf meinen Kopf springst, kannst du... Ja. Ah, gerettet. Oh Mann ey. Holst du die noch, oder? Okay. Aktivierst du den Checkpoint? Bitte? Kann ich? Kommst du dann her? Ja. Ich wollte nur die HP befreien. Ach so. Ich hab's Gefühl, wir haben schon wieder auch verpasst. Ach was. Ach was. Wir doch nicht. Hier war nicht besonders viel Freiraum. Oh Gott, wie süß! Oh Gott, wie süß! Oh Gott, wie süß! Oh Gott, wie süß! Oh nein! Nicht fressen! Oh Gott, der Schallgeist. Das ist süß! Ah! Das Wattel auf den Fischchen! Oh mein Gott! Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Nein, das sind doch die Babys von der Wunde! Von der Glucku! Da! Nicht essen! Ich werde böse! Aber ich brauche Punition! Ja! Oh! Oh, da hast du alle getrunken aus einem! Oh! Oh! Die verstecken sich! Oh! Damit man denkt, die sind riesig und böse und... Oh! Süß! Oh! Du machst die Eiger Schallgeist! Oh man! Das ist so süß! Was denn? Warte! Da oben ist Wolle! Ja, deswegen will ich die mal reinpucken! Okay! Also, got it! Oh, ja! iger Name ist schon so ein Küken, Yoshi! Ah! Oh mein Gesicht tut voll weh vom Grinsen, die ihr bezeichnet! So! Oh man! Oh, guck doch mal! Ich bin so süß. Ich bin so laufend. Ach man, die ist so goldig. Ich müsste mich nach unten finden. Jaja. Oh Gott! Ich finde euch immer noch süß. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ah! Fuck! Ja, ich habe ein Problem. Ich habe es geschafft. Lauf! Ich lauf! Ich hatte volles Leben, jetzt habe ich nicht mehr volles Leben. Kein Problem. Ja, ich sitze nur im Weg, ihr Fett. Das ist so süß! Äh... Sonst war süß, aber was... Da geht es nicht durch, oder? Ne. Wie kommt man da zu der Blume? Ähm... Von da? Du hast mich als Ei geschluckt. Wie gruselig ich aussehe! Ja, wie so ein Auge. Hä? Wieso habe ich dich noch nie als Ei geschluckt? Ist ja noch trakischer als ich im Mund zu haben. Ja. Da runter so, vielleicht. Ich mach mal. Okay. Da... kannst du nicht da irgendwie auf die... Ne, die ist okay, egal. Ja, ich komme. Ich drück schon die ganze... Oh Mann! Möchtest du mir irgendwas mitteilen? Nein! Ja, ich will dir mitteilen, dass die Viecher total süß sind und dass sie nicht töten will. Boah, eiskalt. Ja, hast du jetzt ne Idee? Du musst da irgendwie hinspringen, aber was... Ja, aber da bin ich gestorben. Also passiert nichts da unten. Hm. Hm. Geh mal zurück. Okay. Warum an diese komischen... Dinger dann da jetzt? Ich versteh's nicht. Äh... Vielleicht verstecken die irgendwas? Dass man das nicht so genau sieht. Ja, 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 warte. Ah! Ah! Ah, ich hab's... Ich hab vorhin schon geschaut, aber ich hab nichts gesehen. Deswegen hab ich da auch nicht weitergeguckt. Ja. Oh! Ja, hab ich etwas verpeilt gerade. Äh... Ja. Müssen wir oben rein, wo das Hühnchen ist. Das Hühnchen wird rein. Weil... Äh... Ich könnte es kaputt machen. Ich kann mal rein... Naja. Habe ich an der Lila Wolle erkannt. Weil die Lila Wolle vorhin schon als Plattform geblüht hat. Ja, ja. Nicht so. So. Die Lila kann ich auch noch aufheben. Das wird hier nichts sein. Nö. Alle Blumen, so ziemlich die uns gefehlt haben, waren übrigens so unsichtbare Blöcke, die in irgendwelchen Ecken in Leveln waren. Ach ja. Okay. Oh Gott. Da kommt Blumen! Und ich hab keine Munizion. Da ist Munizion. Äh! Hallo, hüpfen wir nicht so! Wir haben alle Blücher. Yes! Nice U! Wie viele Falle haben wir? Zwei Päder. Zwei Päder. Hups, schön. So. Oh! Oh! Mach das weg! Mach das weg! Rette mich doch! Oh! So. Oh Mann! Aufwärtsrolle! Nice! Ja! Und bin tot! Ja! Ja! Hättest du das überleben können? Nee, ich konnte eben nicht flattern. Ich hab's versucht. Okay. Oh! Nice! Wie ich nicht... Oh! Okay. Hi! Die Edelsteine... War noch zwei. Nerd. Ach so ist ja der Gegner gewesen. Haha! Haha! Ist doch nicht die Boss-Tür. Eigentlich. Nee. Uns fehlt doch noch. Eine Wolle? Jaja, eine Wolle. Deswegen hab ich ja überlegt, ob ich da jetzt durchgehe. Und jetzt hier in dem Bereich sein. Boins, 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 Boins. Hört uns leid, dass die Folge wieder länger wird. Ja! Mein Gott! Können wir nichts dafür. Wir wollen halt wenigstens zwei Level pro Folge machen. Aber wenigstens hört man... Oh Gott! Ach, ich dachte du isst den. Wie man fünf Schaden von einem Gegner kriegt. Das ist einfach ein Checkpoint. Merkst du diese Motion Sickness hier gerade? Äh... Das Level ist so gekrümmt. Das Level ist gekrümmt. Gekrümmt, ja. Es geht so im Kreis leicht. Also nicht Motion Sickness. Das ist hier so ein Fischei-Effekt. Ja! Alles aufheben. Alles aufheben. Was ich sagen wollte... Oh! Ich wollte da... Wir hätten da links hochgehen sollen. Shit. Na ja. Warte, da kommt ja noch einer, oder? Oder? Achso, ne ne. Die kommen nicht nochmal nach. Achso, wir gehen außen an der Festung im Kreis hoch. Ja. Okay, nice. Da gehst du hoch. Da ist die Wolle. Ah ja. Okay, nice. Juhu! Gut. Äh... Ah ja. Okay. Die kommen wenigstens nach. Das ist voll cool. Ich liebe sowas wie kreiswusende Burg außen rumlaufen. Mit aufgemalten Molken. Das macht was, ja. Ja. So, jetzt ist was. Mal HP holen. Ja. So, ich darf nicht getroffen werden. Ja. Probieren wir's mal. Ja. Ja. Kommt drauf an, was das Riesenhühnchen macht. Also, ich mein, jetzt kommt wahrscheinlich ein großes Hühnchen. Ja, ja. Wenn's Mutter Glu... 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 Glu.... Pass doch auf. Na, ist ja auch egal. Sich mit deinen Arbeit und trenne diese nervigen Yoshis auf. Ich habe mich aufgetrennt. Oh nah... Aaaaaaaah mu ich sehe es. Okay, okay. Und es hat eine Lazosa. Und es ist dick. Und es kackt. Oh Gott. Das ist dick. Oh Gott. Okay, nice. Oh, das hat eine kleine Tüße. Oh, das hat eine neue Fahrer. Oh, das hat eine neue Lazosa. Oh, das hat eine neue Lazosa. Oh, oh, ist noch Wüppelsturm. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Ja, man wird weggeweht, wenn man in der Luft ist. Wenn man in der Luft ist. Ach, was machen wir das? Du musst noch mal essen. Ich konnte nicht. Ich weiß, ich dachte aber du fehlst. Da. Schnell. Hier. Töte es. Gluckhund, komm her. Oh, es zittert. Nein, es zittert. Oh, es tut mir so leid. Oh, es zittert die Hose an. Okay. Oh, shit. Okay. Okay. Jetzt isst du das erste Mal direkt. Ja. Und dir direkt davon direkt nach links wahrscheinlich. Und dann esse ich das zweite Mal. Und das dritte Mal. Oh Gott. Oh Mann. Hey, was machst du? Okay. Oh Mann. Oh, ist es da? Scheiße. Geh jetzt her. Du kannst ruhig Schaden bekommen. Oh Mann. Jetzt geh her, du Scheißhole. Oh Mann. Oh, ich hab's jetzt. Okay. Oh, das macht keinen Schaden. Okay, gut. Nice. Du hast keinen Schaden bekommen. Oh Mann, ey. Ich weiß, die Vollballer bringen eigentlich noch ein bisschen Edelsteine, wenn man sie nicht wegwirft. Aber... Na ja. ...muss ich gerade machen als Special Effect. Genau. So ein Vollballfeuerwerk. Piepiu. Piepiu. Nice. Alle Blumen haben wir auch hier. Nice. 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 Noooo. Oh, zwei Münzen übersehen. Zombe, du wolltest... ...catchige Musik... Oh. Ich kann das nicht so schnell lesen. Glukunskinder. Glukunskinder. Nein, das sind nicht die Glukunskinder. Das sind die von den... von den Vögeln. Ja. Ja. Kricker Sticker. Das kann man Edelsteine auflecken. Wahrscheinlich. Mit der Zunge. Ein Glukunyoshi! Jaaa! Ein Glukunyoshi! Und... Den muss... Glukunyoshi wurde... Ah, den nimm ich. Den nimmst du, ja. Oh, ich seh's. Oh! Bonus Welt! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ganz vielen weißen Kugel-Willis wahrscheinlich. Oh nein! Oh nein! Ach, und wir sehen jetzt doch, wie die nächste Welt aussieht. Ja! Genau! Unter Wasser! Nee, Wald. Alle Level hatten bisher die blaue Decke drauf. Ja, das stimmt. Okay. Nice. Ja, ich lass dich schon hin. Guck! 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 Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal den Flug der Wolken, Willi. Jo! Also, du... Als Einspieler dann. Ja, genau. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüssi! Tschüssi! Jahrhundert!